Das ist der Sportplatz, Karvelsdorf heißt das hier, Landkreis vor Pommernrücken, da komme ich sonst niemals hin, aber heute mal extra für euch hier, die Scheune zeigen, da haben sie sogar noch Schienen hier, haben die Russen noch nicht abgebaut. Was ist da denn, hier, die Reinhäuser, zum See sogar, ob da einer wohnt, in Habelsdorf, Bürgerhaus sogar, von daher sogar Tourismus oder sowas. Nächster ist ein Schild da und das war Karvelsdorf und Tschüss.